Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Part 4. Wir sind hier bei diesen sehr seltsamen Personen und wir werden mal schauen, was jetzt alles passieren wird. Ein Voxophon, das nehmen wir doch direkt mal mit. J zum Abspielen. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für tausend Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht. Hundert werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Okay. Ein sehr interessantes, ein sehr interessanter Audio-Lock, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. So, da unten ging es schon mal nicht lang. Ich hoffe, er macht nicht so weiter. Das kann den ganzen Tag so gehen. Bitte was? Ähm. Was haben wir hier? Ich kenne ihm nicht die Pistole. Achso, wir haben schon genug Munition. Okay. Ähm. Hm. Ja, Leute. Wo geht's hier lang? Was denkt ihr? Ja. Ja, schade nur. Ich kann euch nicht hören. Es ist ein bisschen schlecht jetzt. Gut, dann schauen wir noch mal da unten hin. Oder hast du noch was für mich? Nein. Okay. Na gut. Eine Flasche. Vielen Dank. Lemonade. Trinke ich doch immer gern. Und? Irgendwas Neues hier? Hallo? Hallo? Wenn ich mich mit diesem Skyhook da einhacken könnte? Ah, okay. Wow. Der Haken muss magnetisch sein. Hohoho. 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 Wuhu. Coole Sache. Ach, auf den können wir auch noch hoch. Hohoho. Folgenpunch hier. Aber vom feinsten. So. Noch eine Sache zum letzten Part 3. Tut mir ein bisschen leid, dass die Aufnahmen leider nur 8 Minuten noch was. Acht Minuten und ein paar Zerpetsche. Entschuldigung. Ähm. Hohoho. Lang war. Ähm. Ich mach das Ganze ein bisschen nach Gefühl. Ich werd mir wahrscheinlich demnächst noch eine Stoppuhr beiseite legen. Oh, und mein Shirt ist da und das... Mensch, das ist ja fast wie ein Halo hier. Oh. Voll der Hänger. Kommen hier meine MLG-Künste in Anspruch, wie auch immer. Oh, was ist hier los? Ich habe Lex. Den nicht aufhängen, das Spiel. Das schießt sich auf mich. Oh, okay, da oben haben wir einen geschützt. Habe ich's getroffen? Ich seh's ehrlich nicht. Oh, okay, ich hab's nicht getroffen. Oh, ich hab's doch getroffen. Mensch, muss mir doch jemand mal sagen. So. Laufen wir hier einfach mal durch. Clowns die ganze Sache. Rapen gehen. Laufen weiter. Rapen die auch noch. So, was haben wir hier? Ziemlich viele Leute. Ich glaub, da geh ich nicht hin. Und mein Schild ist gleich wieder unten. Und ich verstück mich hier mal kurz. Jetzt wird es langsam knapp. Ich glaub, ich hätte doch nicht so reinrushen sollen. Ach doch, hätte ich. Hätte ich, hätte ich. Es wird alles gut werden. Alles wird gut. Alles wird gut. Sehr, danke sehr. Boah. Also hier ist schon ganz schön was los. Oh ja. So wollen wir das doch haben. Action pur. Nicht geschillt, sondern gerührt. So will ich das haben. Na für die Harten hier. Oh ja. Wäre ich jetzt fast mal runtergefallen. Ach du Gott. Oh, jetzt kommt das Geschütz wieder auf mich. Oh je, oh je. Oh. Okay, dann machen wir es einfach kaputt. Na gut. Man sieht sich Geschütz. Viel Spaß noch. So, wo darf ich denn jetzt hingehen? Okay. Einen schönen Bad hast du da. Sehr schön. Oh, hier. Ich dachte schon, ich fahre jetzt runter. Das wäre, glaube ich, nicht so schön gewesen. Ja. Einmal Kaffee. Okay. Oder Salz. Wie auch immer. Na. Alles nehmen. Ach, Munition ist voll. Alles klar. Alles klar. Gut. Darf ich denn jetzt hinlaufen? Oh. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Meine Güte. Mein Herz. Okay. Können wir auch hin. Oh. Ich dachte schon, da wäre ein Mann. Ich dachte schon, da steht einer. Wartet extra auf mich schon. Danke, danke. So, dann werden wir mal gucken, was Böses hier unten auf uns wartet. Warum lassen die eigentlich immer die Geld auf den ganzen Sachen liegen? Warum? Otis arbeitet Teilzeit oben in der Loge. Er ließ diese Kiste aus einer ihrer geheimen Zeremonien mitgehen. Und ich bin mir sicher, sie enthält etwas Wertvolles. Leider ist Otis aber nicht eben der Hellste. Er hat vergessen, den gefiederten Brüdern auch den Schlüssel abzuluchsen, mit dem man das Ding aufsägt. Ich habe ihn sowieso nicht verstanden. Also, ich glaube, das war nicht so wichtig. Wir werden es einfach mal ignorieren. Ihr habt nichts gesehen, ich habe nichts gesehen. Und wenn die Cops uns fragen, dann, ja, wie gesagt, wir haben nichts gesehen. Oh, hier scheinen Kinder zu schlafen, okay. Was haben wir? Ja, wir haben hier nichts, wie es aussieht. Nichts. Oh, wir können ihn durchsuchen. Ja, er hat auch nichts. Dann gehen wir mal weiter. Wohin und wie auch jetzt immer gehen müssen. Ich weiß es selbst noch nicht. Ich glaube, wir können sogar da rüber gehen. Ich weiß nicht, ob wir so eine Reichweite haben. Oh, wir haben so eine Reichweite, cool. Na gut. Scheint ja ziemlich... Oh, hier, ein Hochrad. Cool. Und ein Besen. Wie schön. Haben wir doch alles, was wir brauchen, um den Flur zu säubern. Gewalt ist keine Lösung. So sehe ich für Ihre Sache und Ihre Leute bin. Es... Oh. Oh, ach ja, Gewalt ist keine Lösung. Ups. Entschuldigung. Entschuldigung. Waren versehen. Waren versehen. Ihr könnt... Wow, ihr müsst da jetzt nicht gleich so einen Aufstand machen. Ruhig. 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 Hm, wo ist denn seine Frau? Ich nenne sie einfach Elisabeth. Elisabeth. Wo bist du? Oh, guck mal hier. Ach, Salze. Elisabeth. Hallo. Hallo. Ich glaube, das war nicht so gut, dass wir diesen Menschen umgebracht haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt dazu gehört, dass wir die Menschen umbringen müssen. Was? Hat der gesagt? Gehen wir einfach mal hier rein. Oh, bitte nicht sterben. Holy moly. Rein hier. Oh, hallo. Oh, die Musik, die ähnelt ja einem Horrorspiel. Was? Oh. Oh mein Gott, er ist durch den Tisch gerannt. Wieder her. Ich will das auch können. Oh mein Gott. Was ist hier los? Der schreit ja wie eine Frau, Mensch. Was ist das hier? Ich glaube, ich hätte das nicht tun sollen. Ich glaube, das hätte ich echt nicht tun sollen. Ach, ja. Na gut. Na gut, na gut. Wir werden uns trotzdem noch ein bisschen umschauen, solange ich jetzt noch hier überlebe. Und dann würde ich sagen, verlagern wir das Ganze ein bisschen in den Part 5. Ach, hier haben wir noch ein bisschen Gesundheit. Na gut. Ach, ich glaube, die haben sich alle wieder beruhigt hier. Ach, nur dann. Dann können wir eigentlich getrost weiterspielen, ohne dass hier irgendwas war, würde ich sagen. Ja. Na gut, schade. Dann doch nicht. Ach. Na gut, Leute. Ich würde sagen, ich mache hier wieder einen Schnitt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Zwisert mir was für eines. Haut rein. Zarien. Auf einmal. Tschüss. Ach. Kommt rein. Untertitelung des ZDF, 2020